King & King Architects King & King Architects ist das älteste Architekturbüro in New York und das drittälteste praktizierende Büro der USA. Es wurde im Jahr 1868 vom Architekten Archimedes Russell gegründet. In der 150-jährigen Geschichte des Unternehmens wurden Tausende und Abertausende von Projekten realisiert. Das für die Studentinnen der Syracuse University gebaute Crouse College ist immer noch ein herausragendes Beispiel für die Architektur jener Zeit. Es ist strategisch wichtig für uns, an Projekten zu arbeiten, mit denen wir uns von unseren Mitbewerbern abheben. Deshalb gehen wir für die Qualität und den Erfolg unserer Projekte für unsere Kunden ständig an die Grenzen. Um für unsere Kunden Höchstleistungen zu bringen, sind wir immer auf dem allerneuesten Stand der Technik. Building Information Modeling hat sich im Laufe der Zeit zu einem intelligenten und kreativen Prozess entwickelt. Wenn man erfolgreich mit BIM arbeiten will, muss man ein klares Ziel haben und den Weg dorthin konsequent verfolgen. Natürlich ist die Umsetzung eines BIM-Prozesses nicht einfach, aber wenn man sich richtig reinkniet, dann wird man Erfolg haben. Die Aufgaben für uns Architekten werden ständig komplexer, aber mit BIM behalten wir den Überblick. Wir planen alle Projekte in 3D mit BIM-Funktionalitäten, von kleinen bis zu großen und komplexen Bauten. Deshalb erwarten wir von unseren Projektpartnern, dass sie diese Arbeitsweise unterstützen und gleichwertige Technologien einsetzen, damit wir reibungslos zusammenarbeiten können. Wenn ich ein Projekt in 3D modelliere, bin ich jedes Mal begeistert von den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Man kann die Grenzen des Plans in Sachen Nachhaltigkeit, aber auch Design mit der passenden Technologie sehr weit verschieben und so rundum bessere Lösungen realisieren. Großartige Projekte können nur zusammen mit großartigen Auftraggebern entstehen. Der Dialog zwischen Architekt und Kunde ist sehr wichtig für den Erfolg eines Projekts. Und genau diesen fruchtbaren Dialog hatten wir beim East Syracuse Menor Middle School Projekt. Eines der Ziele beim Erstellen des BIM-Konzepts für die Koordination des East Syracuse Menor Projekts war, die Hülle und die Lage des Gebäudes so zu optimieren, dass wir die natürlichen Lichtverhältnisse und die Sonneneinstrahlung perfekt nutzen konnten. Dadurch konnte die Haustechnik beträchtlich reduziert und die Energieeffizienz gesteigert werden. All das ist das Resultat einer konsequenten BIM-Planung mit Vectorworks. Unsere Aufgabe als Architekten sollte es sein, die Kontrolle über das Gesamtprojekt zu behalten. Dazu muss man technologisch immer auf der Höhe sein und wissen, was als nächstes kommt. Das gilt insbesondere für die BIM-Prozesse, aber natürlich auch für die architektonischen Details. Letztlich geht es darum, die großen Zusammenhänge im Blick zu behalten und Grenzen zu verschieben, um großartige Projekte zu realisieren. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!